Musik 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 Weißt du auch wer das war? Musik 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 Was das ein Engel? Musik Was das ein Engel? Musik 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 Die Kiste Musik 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 Was ist mit die Kiste? Könnt ihr mir sagen wie der Engel heißt? Musik 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 Die Kiste schließen Beende ? Musik Musik Eine Kiste Schließen oder Wart υ � Wann war ich jetzt? Unternehmen Unternehmen? Wollt ihr was dagegen unternehmen? Ich bin... Was ist denn da? Ich kann doch... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Er hat verloren War bis am Donnerstag? Ich bin jetzt hier. Es ist ein kleines Faktor. BIPP-Statten von FABBD. Ich bin jetzt hier. Welches ist das für das, wenn ich bin? Ich bin jetzt hier. 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 Du warst inhaftiert, warum? Zurück zu kommen zu dem Kollegen, der bei ihm den komischen Geruch gemacht hat. Ich vermute Lukas. Stimmt das? Was ist Lukas? 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 Ja, oder? Lukas? Was ist Lukas? Die Buchstabe 5, H, E, E, D. Was ist Lukas? Was ist Lukas? Was ist Lukas? Ist Lukas immer noch dort? Was ist Lukas? Oder ist er Charlie Charlie? Kein Mutig! War Mutig oder vermutlich? Vermutlich. Wir haben ein bisschen mit Charlie Charlie gespielt. Was zu dem? Oder Charlie Charlie? Ja, wir. Wir haben es ja gemacht. Wir rollen ja. Ja, aber sie hat das gar nicht ganz zu tun. Was die Zahl 37 zu bedeuten hat. Kannst du uns da ein bisschen mehr erläutern? Das ist Lukas nicht so. Dat ist Lukas nicht so. Ja, das ist Lukas nicht so. Da ist wirklich ein bisschen mehr erläutern. In der Berks boitern. Dasirde ich Getrüse. Das ist Lukas nicht so. Das ist Lukas nicht so, wenn wir es uns überlebt. Ich mache mich sehr gerne und mich sehr gerne. Das ist nicht so, wie es ist, aber es ist nicht so, wie es passiert. ja, korrekt und deine Unterpiste ja, dann bin ich nicht hier die Sitzung wieder machen wir weiter mit After Lightbox und deine Untertitelung des ZDF für funk, 2017